Äh, was musste ich noch mal für meine Indicator? Hof der Stern wird einsammeln, okay. Ich muss die Aldi wieder füttern. Ich laber mich nicht vor, Mädchen. Die Schalldorei werden erlöst. Ach, ich geh auch noch zu dann. Es ging mir gut. Ihr müsst euch nicht damit fassen. Ja, klangbegrabenes Wissen. Hm, wahre Hilfe ist so selten. Easy, easy. Der Nachtbrunnen ruft mich. Sofort. Vertraut nicht jedem. Immer diese doofen DDs. Ich bin fertig. Wie ist das? Das ist nur die Läder und Nastra. Ich glaube, das muss jeder für sich machen. Ich glaube, das muss jeder für sich machen. Es ist nur die Läder und Nastra in den Namen. Ah! Ihr kommt gerade recht. Heute Nacht versammeln sich die Adeln, zu Ehren der Großmagistriks. Laut unseren Spionen wird Elisande persönlich anwesend sein. Eine der seltenen Gelegenheiten, sie abseits ihrer Machtquelle zu erwischen. Wir nehmen einen Seiteneingang. Der Vordereingang wird zu schwer bewacht. Das ist eure beste Chance, die Großmagistriks zu beseitigen. Viel Glück! Ich brauche ein Ziel. Wollt ihr sich gerade verstärken oder wollt ihr nach Verstärkung rufen? Ich glaube kein letzteres. Es scheint, die Dämmerwache wurde beauftragt, auf dieser Feier die Ordnung zu wahren. Ich schlage eine diskrete Herangehensweise vor. Diskrete Herangehensweise? Okay, wir töten alles. Wir wissen alle. Wenn jemand da ist, dann ist nicht bemerkt. Das ist ein Skyrimbruch. Du hast alle Zeugen getötet. Okay, dein Topgate ist auch wieder um 3.0. Ich habe kein Ziel. Was machst du denn hier? Ich habe nur ganz schnell meine Wachstärkung aufgemacht. Ja, mein Wachstärkung. Wie machst du denn hier? Ich bin aus der Reichweite. Ich bin aus der Reichweite. Ich bin aus dem Knochen und ich bin aus dem Knochen. Das ist jetzt herammend. Ich habe den Knochen und derрейste. Ich bin aus dem Knochen und der Audio-Knochen und der拜. Ich bin aus dem Knochen und derination. Ich bin aus dem Knochen. Na das ist die Knochen oder die Knochen und der Playstation-Mechweite. Aber das Ding hat gerade deaktiviert. Ist dem scheißegal. Der hat den Job zu alleliehen. Der kommt hier ab. Der hält sich an die Regeln Ich muss näher ran Ich habe keinen Sinn Da links ist noch so ein Leuchtfeuer Leider fehlen euch die Zutaten um etwas wirklich Teuflisches daraus zu machen Ich verstehe Ich musste erst etwas anvisieren Hier ist der Zutritt verboten Das ist wirklich so verboten Wenn du meinst Ich brauche Verstärkung Ich bin aus der Reichweite Aber wir hätten so ähm Ich glaube wir tun können Hm Okay bekommen wir auch Jemanden gehabt hätten der Oh ne Kohle oder zumindest Das hat er verloren Jemanden gehabt hätten der Alchemie beherrschen Hätten wir das bestimmt machen können Stimmt ja ich erinnere mich Weil ich weiß Ich bin aus der Reichweite Aber ich glaube ich habe das sogar gemacht bei mir und ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Tja Eeeh. Bum, bum, bum. Oh, das ist runter. Ganz runter. Hier oben. Ich hörte von einem dämonischen Rat, der seine Kräfte bündeln kann. Wir müssen dieses Band durchtrennen. Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Hm, klaro. Vor allem für ihren Gebräuch. Ich bin außer Reichweite. Hm. Das ist ein fast Sternlicht, Rosentee. Der Tee scheint dermaßen gealtert zu sein, dass er stark genug ist, euch den Magen zu wettern. Allein der Gerüchtliche lässt euch ganz unbeweilen. Der Hass steht hier eindeutig schon zu lange rum. Verstehe. Was soll ich hier oben machen? Dämonenversklavte Verstreckerin. Ich habe keinen Ziel. Wer hat Sie? ich weiß nicht warum wir die töten sollten macht euch nützlich und schaut mal nach ich bin mal kritisiert das ist bestimmt auch glatt in Lalupe oder wie das heißt ich weiß nicht mal, ja, wie das ist Irgendwelche in die Ahnung jetzt ist der hinten schon wieder was aufgeploppt ja, ja, ja das hat gut gekocht ich brauch dein Ziel wird siegen es ist egal worauf wartet ihr? seht nach woher der Lärm kommt ah, wir sind jetzt die Dämonen die Dämonen verbrachen immer noch die Dämonen verbrachen immer noch die Dämonen verbrachen immer noch mit der Folie herrschen das ist echt nicht so ich muss zuerst etwas an wie sie ich höre jetzt noch einer guck schon wieder da ich brauche ein Ziel ich brauche ein Ziel typisch Game Boss ich schicke dir alle meine kleinen Kackdiener vorbei anstatt, eh, gemeinsam zu bekämpfen das ist zu weit entfernt ich bin aus der Reichweite ! Ich muss mehr ran! Hans geht zur Flamme weiter! Es ist so hübsch! Schmelz ich schon! Er hat gesehen, dass Bibi jetzt ein Musikbibli gemacht hat. Schalte dem Rumpfen, er hat erstmal allen einen Schreck eingejagt indem er einen Kröten hat, Er hat wohl ins Regie dabei gefüllt und hat dann Outtakes gepostet, aber dabei hat er einfach nur, äh, ein Witzvideo draus gemacht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass ihr auf der Feier ins Bild passt. Ein verdorbener Zauber für eure Verkleidung sorgt dafür, dass ihr auch in einer anderen Nachricht habt. Ich hab dann noch, äh, was jetzt gelesen hat, dass es jetzt halt schon, äh, extrem schnell gedommen wurde. Irgendwie mit einem anderen Mal. Die Adligen könnten den Spion verraten, aber er regt keine Aufmerksamkeit mit wilden Anschuldigungen. Blatt fort. Mir ist so angekommen, dass der Spion gerne Umhänge trägt. Umhang. Ich hörte, dass der Spion immer einen magischen Beutel mit sich herum trägt. Umhang Beutel. Umhang Beutel. Man sagt, die Spion wäre hier und sie wäre eine wahre Augenweide. Okay. Weiblich. Hübsch. Umhang Beutel. Helle Weste. Ich hörte Tricks schon auf der Party heute Abend. Eine helle Weste. Weiblich. Hübsch. Umhang Beutel. Helle Weste. Umhang Beutel. Helle Weste. Waldbrief. So eine Helle Weste. lında kam! Davon machte U! Ah doch. Ne? Ich habe deinen Schlüssel gelesen. Ich könnte das Ritsel lösen.